Körper und Seele sind vereint in dir, wenn alles stimmt. Und alles stimmt, wenn Körper und Seele vereint sind in dir. Ich bin Christina Winkler und ich arbeite seit über 20 Jahren mit Psychotherapie und traditioneller chinesischer Medizin für ganzheitliche Gesundheit. Ich habe das LifeLab entwickelt. LifeLab ist ein Laboratorium nur für dich. Wenn du genau in dich hineinfinden möchtest, wenn deine Gesundheit, dein Körper, dein Geist, deine Seele sich fügen sollen ineinander, zueinander, dann ist LifeLab das Richtige für dich. Du wirst in diesem Laboratorium, in deinem Laboratorium, das Laboratorium deines Lebens, wirst du genau erfahren können, wie deine Kohärenz entstehen kann. Denn Kohärenz heißt, dass sich alles fügt ineinander und dann ist das Gesamtbild total und du bist in deinem Ganzen. Wenn du in deinem Ganzen stehst, bist du ganz gesund. LifeLab ist ein Intensivprogramm in kurzer Dauer. Du wirst eine Woche eingeführt werden in das Programm, kannst dich darauf vorbereiten, um dann einen ganzen Tag mit mir zusammen zu arbeiten. Du kannst hier in dieser inspirierenden Atmosphäre eine Retreat machen, zu mir kommen und einen ganzen Tag mit mir arbeiten. Dein Lebensthema, das dich in deine Kohärenz führen wird, das werden wir hier schrittweise in 24 Stunden bearbeiten. Dazu gehören Arbeitsphasen und Pausen. Das Umfeld hier wird dich stützen und wird dir zeigen, wie wichtig es ist, dass du dich mit dem umgibst, was dir entspricht. Das Innen und das Außen finden keine Trennung mehr, wenn du in deiner Kohärenz stehst. Du wirst auch zwei Wochen Nachbereitung bekommen, denn Nachbereiten bedeutet Integrieren. Und schließlich soll sich das, was du hier lernst, in deinem Leben abspielen und nicht in einem Umfeld, was gar nicht zu dir gehört. Selbst wenn du dich davon inspirieren lassen kannst. Genau so ist es. Du findest deine Kohärenz durch Inspiration, die du in diesem Laboratorium finden wirst. Und diese Inspiration ist gemacht durch das, was dich umgibt, aber durch das, was du dadurch erlebst. Ich freue mich sehr, mit dir arbeiten zu dürfen, in diesem ganz speziellen Programm, in diesem Laboratorium nur für dich, wo du und ich den gemeinsamen Weg zu dir gehen werden. Ich freue mich auf dich. Du kannst hier auf der Internetseite, die angegeben ist, einen Termin mit mir buchen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf dich.